Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Nestflucht anzunehmen bei Inquisitor Notlich in Rustvar an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich fünf Falkenkäfige öffnen. Dafür muss ich leider Schlüssel sammeln von diesen behexten Falknern. Mal schauen wie viele droppen bei zwei Falknern. Einer. Okay. Der Herzpanke bietet es. Weiter geht's. Er führt meine Klinge. Ich bin frei. Schläge von Mobs unterbrechern die Öffnung. So. Ich habe nun zwei Schlüssel. Da öffne ich drei Käfige. Die sind hier noch. So. Nun töte ich weitere Mobs. Uh, da ist einiges nachgespawnt. Dann töte ich halt alles. So. Alles tot. Ein Schlüssel. Ich wollte aber zwei. Na gut. Gut. So. Vier von fünf habe ich befreit. Ich gehorche. Warteschlüssel. Ein Schlüssel. Warteschlüssel. Und fünf von fünf. Quest ist bereit zur Abgabe. Hoffe, dass ich kein Mob mehr werde. Hat geklappt. Quest ist abzugeben. Bei Inquisitor Notlich. In Rustvar. An dieser Position. Ein guter Tag zum Hexenjagen, oder? Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao.